Der Vorsprung ist schon wieder angewachsen. Ja, weil dahinter muss der Mickaner genau dasselbe machen. Er muss jetzt zum Beispiel anstehen. Und Schumacher schmeißt das Auto weg! Das gibt's ja nicht! Schumacher ist draußen, Mark! In der dreckigen Schikane, wie schon zwei vor ihm. In Führung liegend! Und Eddie Irvine, Michael Schumacher ohne Rad! Sie haben kollidiert, die beiden! Michael Schumacher ohne... Das gibt's ja nicht! Die beiden sind kollidiert! Hier kommt's! Michael ist aufgefahren. Schlicht und einfach aufgefahren auf Kontakt. Burti Irvine! Den kann er nicht halten! Böser Unfall! Ganz böser Unfall! Das könnte einen Abbruch geben. Ist das Blanchiment? Das Blanchiment... Ja, das Blanchiment. Sao Paulo ist... Nein! Heckinen! Heckinen steht! Und es gibt Handzeichen. Nervös! Hat natürlich Angst, dass man ihn hinten reinfährt. Schumacher führt... Schau mal, der Heckinen! Oh! Nein! Das darf ja nicht wahr sein! Mit Ansagemach! Ich fass' es ja nicht! Restart! Schumacher, Montoya, Coltaz, Trulli, Ralf Schumacher. Ralf Schumacher greift an! Oh! Das gibt's ja nicht! Unglaublich! Berührung! Montoya! Und jetzt kommt der Coltaz! Montoya ist vorbei mit der Brechstange! Wahnsinn! Wahnsinn! Unfall! Will Neff! Auf Ralf Schumacher ist er aufgeknallt. Hoffentlich hat er sich nicht überschlagen. Ralf Schumacher scheint okay zu sein. Ja, er steigt aus. Aber wo ist Will Neff? Er ist aufgestiegen und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Oh, hier kommt's! Wo ist Will Neff? Ist im Windschatten, lässt sich ansaugen. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen ist das ein Horror! Vorunfall! Eine weitere Runde. Na, was für ein Chaos! Jetzt wieder Achtung außen! Wer bleibt länger auf dem Gart? Mein lieber Mann! Schumacher arbeitet nicht vorbei! Das ist ja sensationell! Vorbildlich gibt's sogar die Deallinie. Und reißt Montoya ist aus! Reich nach Hause transportieren. Finale, der erste überhöhte Turn. Rubens zieht daneben. Jetzt geht man auf die äußere Linie. Und diesmal macht man's mit dem Zielfoto aber ganz genau. Ist das knapp! Ist das knapp! Wer hat denn gewonnen? Barickello, das gibt's ja nicht! Das hat Barickello gewonnen! War es das Absicht oder haben sie sich verschätzt? Das war die Frage, die ich dir stellen wollte. Achtung! Ah, kann man hier schwer... Ja, Unfall! Barickello! Barickello! Ja, bei Job Jim, äh, auf Kimi Räikkönen, hinten links. Beide Autos kaputt! Philippe Massa, denke ich, im Bild gewesen. Und der war böse! Der war böse! Ist das Räikkönen gewesen? Muss eigentlich so sein, weil wir ja Massa im Bild hatten. Die Bedingungen beurteilen werden. Bisher haben wir nur einen heftigen Unfall gehabt. Und ausgerechnet von... Wubber! Hinten! Hinten ist Rad weg! Der Schmeiß-Auto weg. Auf Platz zwei! Mein Gott! Im Safety Car! Das darf nicht! Das darf nicht, was er hat! Der hat Lenkrad weggeworfen wie ein Kaugummi-Papier, du! Gut, müssen wir erstmal sehen, was passiert ist. Vielleicht hat ihn jemand angefahren. Vielleicht gibt's ein Bild. Das ist ja ein Eiertanz bei dem Wetter. Was machen die beiden? Hier! Das sind die ersten beiden, liebe Zuschauer! Oh, Bulli! Und das ist Physi Keller in der Wiese.